Hallo Leute, ich wollte jetzt in die Zuckerfabrik fahren, um euch zu zeigen, wo die Rümen hingehen. Jetzt gibt es nur ein Problem. Ich habe nur einen VW und dann auch noch einen Diesel und dann auch noch die 2-Liter-Maschine. Aber ich denke, ich fahre besonders langsam, damit die Umwelt sauber bleibt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020